Der besondere Ausblick, moderne und Funktionalität machen die Elb-Loge zu einer neuen und einzigartigen Location in Binnenhafen Hamburg-Harburg. Die Elb-Loge ist hier unsere einzigartige Location im Binnenhafen Hamburg-Hamburg. Und die Leitung der Elb-Loge liegt in der Hand der Firma ConiVent GmbH. Die ConiVent GmbH ist eine Veranstaltungsagentur mit Schwerpunkt von Veranstaltungen im pharmazeutisch-medizinischen Bereich. Seit Gründung des Unternehmens wurden zahlreiche Veranstaltungen in Deutschland und dem europäischen Ausland organisiert. Im Sommer 2013 hat sich ConiVent als Veranstalter entschlossen, eigene Räumlichkeiten anzubieten, einfach um den Wünschen und Ansprüchen der Kunden gerechter zu werden. Seitdem hat die ConiVent GmbH hier im Veritas K6 ihren Sitz und die Elb-Loge wurde gegründet. Ich bin hauptverantwortlich für die Elb-Loge und für die Betreuung unserer Kunden da. Genau, wir haben unsere Räumlichkeiten, die wir flexibel einteilen können mit Trennwänden, die wir versucht haben. Und es ist uns durchaus auch gelungen, finde ich, eine gemütliche Seminar-Atmosphäre herzustellen. Wir können von zwei Personen bis 99 Personen bei uns hier beherbergen. Wir bieten Catering mit an in unseren Räumlichkeiten. Ja, und wir haben für uns eigentlich, ja, unser größtes Anliegen ist es, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und hier eine persönliche und professionelle Betreuung zu ermöglichen. Die Elb-Loge bietet Platz für Veranstaltungen der besonderen Art. Auf verschiedenen Eventflächen können Tagungen, Versammlungen und viele andere Events abgehalten werden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall.